Das Nors Schlauchboot A380 mit Aluminiumboden ist ein transportables Boot und in kürzester Zeit einsatzbereit. Es ist ein stabiles und agiles Sportboot, welches dank der robusten Materialqualität von dreilagigen 1100 Dezitex sowohl im Süß- als auch im Salzwasser benutzt werden kann. Die hohe Stabilität ist auch bei schlechten Witterungsbedingungen bis zu einer Windstärke von 6 Buffon und einer Wellenhöhe von 2 Metern gewährleistet und zertifiziert durch die Sportbootrichtlinie der Klasse C. Weitere Größen des Bootes von 2,70 m bis 4,70 m sind ebenfalls bei uns im Shop erhältlich sowie eine Auswahl an passenden Motoren. Diese sind in den Ausführungen mit 2,6, 5, 6, 8, 9,8, 15 oder 20 PS erhältlich. Alle Produkte können Sie über allesfürdeinboot.de bestellen. Das Boot wird komplett mit allen benötigten Teilen in einem Karton per Spedition geliefert. Das Gesamtgewicht des Nors A380 Schlauchbootes beträgt 75 Kilo. Für die anderen Bootsgrößen variiert das Gewicht dementsprechend. Im Lieferumfang enthalten ist das Boot, zwei Paddel, die Aufbauanleitung, die Pumpe, der vierteilige Aluboden, eine große Tasche, die Sitzbänke sowie ein Reparaturkit. Der Aufbau des Bootes ist unkompliziert und kann in wenigen Minuten abgeschlossen werden. Auf einem soliden Untergrund, der frei von spitzen Gegenständen ist, wird das zusammengefaltete Boot zunächst ausgerollt. Beim ersten Aufbau des Bootes sind alle Kammern einmal komplett mit Luft zu befüllen. Dazu wird die Pumpe an ein Ventil der drei Kammern angeschlossen und es kann mit dem Pumpen begonnen werden. Dies wird für die beiden anderen Kammern analog durchgeführt. Verwenden Sie keine Kompressoren, da dies zu Materialschäden führen kann. Die Ventile besitzen eine Hold-Funktion, damit die Luft beim Abziehen des Schlauches nicht mehr entweicht. Im nächsten Schritt lassen Sie zunächst wieder etwa die Hälfte der Luft aus den Kammern. Nun fängt man am Bootspiegel mit der hintersten Platte des Aluboden an und setzt diese behutsam ein. Der Zusammenhalt der Platten basiert auf einem abgerundeten Nut- und Federsystem. Achten Sie darauf, dass sich die Ventilkappen nicht unter den Bodenplatten befinden. Die letzte Platte bildet die Stabilität des Bodens, setzt diesen sozusagen unter Spannung. Sie wird in die erste Platte eingesetzt, dann leicht angehoben und mit der nun folgen die seitlichen Führungsschienen, welche sorgfältig an die Kanten des Bodens geklippt werden. Als nächstes werden nun die Sitzbänke eingeschoben. Nachdem alle Teile gut verbaut sind, ist es nun an der Zeit, die drei Luftkammern wieder aufzublasen. Dabei sollte der optimale Luftdruck von 0,25 bar nicht überschritten werden. Der Kiel wird als letztes aufgeblasen, nachdem also alle Kammern befüllt sind und der Boden sowie die Schienen montiert wurden. Die ergonomisch geformten, stabilen Tragegriffe am Bug und Heck des Schlauchbootes erleichtern das Tragen zum und aus dem Wasser. Alle Norse Schlauchboote vereint ein modernes, zeitloses Design sowie einen trapezförmigen Bugbereich. Diese Bauform bietet Ihnen einen großen Innenraum, um beispielsweise mit der ganzen Familie einen Bootsausflug zu unternehmen. Das Norse A380 hat eine Zulassung bis zu sieben Personen oder eine Gesamtzuladung von 790 kg und kann mit einem Motor bis zu 30 PS betrieben werden. Alle Boote verfügen über eine CE-Erklärung, sind auf alle aktuellen Anforderungen getestet und haben eine Garantiezeit von zwei Jahren. Durch den sehr geringen Tiefgang können die Norse Schlauchboote sehr nah am Ufer ins Wasser gelassen werden. Es eignet sich durch seine Größe hervorragend für Fahrten in küstennahen Gewässern, großen Buchten, Flussmündungen, Seen und Flüssen. Durch die besondere Form der an Klampen erinnernden Griffe können diese auch gut zum Festmachen des Bootes verwendet werden. Wenn Sie großen Wert auf hohe Stabilität und beste Fahreigenschaften bei hoher Motorisierung legen, ist ein Norse Schlauchboot genau das Richtige für Sie. Passendes Zubehör wie Rettungswesten und Badeleitern sind ebenfalls über unseren Online-Shop erhältlich. Bestellen Sie Ihr passendes Modell zum besten Preis in unserem Shop. Allesfürdeinboot.de